Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Aber scheiß drauf, Raw ist nur einmal die Woche. Hallo, da sind wir wieder da. Die Stimme ist halb wieder da. Genau dieser Zeitpunkt ist es gekommen. Einmal die Woche Raw. Ich sitze mitten im sichersten Bunker Münsters. Ah, ihr seht das schon. Ich habe einen Ort gefunden, wo doch noch irgendwie inhaltensiviert hier. Ich habe ein Müsstebefabel in Köln. Müssen wir noch klären, was das da ist. Und ich habe jede Menge Vorfreude auf meinen heutigen Gast. Jetzt nicht den da, der da nicht, sondern später kommt noch ein ganz besonderes Special Rats. Nicht in dieses Raw, sondern woanders. Reden wir gleich. Selbst in Oberhausen, dieser Herr Flöter, der da drüben, der hat sehr viel geschlafen in Oberhausen. Der ist der Michael Knight. Der Michael Knight zum meinem Shigehiro Iriye. Auf die Fresse heißt es jetzt. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Beste Anmoderation. Ich begrüße den Mann, bei dem jetzt gar nichts mehr steht. Ich begrüße den Herr Flöter mit WWE. Hallo. Ein wunderschön, was auch immer. Du musst doch erstmal... Also Mensch, du gehst immer davon aus, dass jeder mit dem Mann was da los hat. Als Karat, größtes Turnier Europas, Wrestling, da waren wir in Oberhausen. Da gab es eine Review aus dem Hotelzimmer, die war super. Naja, wir werden aber nochmal, das wolltest du sagen, nochmal einen extra Karat-Podcast aufnehmen. Eigentlich sogar zwei, wenn wir mal ganz genau sind. Zwei. Ich bin so aufgeregt deswegen. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich bin so aufgeregt. Wir dürfen über Karat reden. Wir waren am Wochenende da, wir haben uns angeguckt. Beste Wrestling. Wir machen eine Review. Hat ja Tobi gesagt, wir machen eine Review für YouTube. Unfassbar. Ich habe die Show gar nicht gesehen. Ich habe doch Reden mit euch und so. Und du hast geschlafen. Ich habe dich geschlafen? Nee. Möchtest du das sagen? Wir machen danach... Nachschlag haben wir aufgenommen, ne? Nachschlag. Wir machen... Wir wollen... Doch, wir haben den nicht aufgenommen. Also wenn... Jetzt gerade nicht, aber wenn ihr das hört, vielleicht. Ja, da kommt Team Flötmario wieder zusammen. Ja! Flötmario eh. Flötmario eh. Das ist das Allerechte. Ja, wir haben uns noch im... Der Edeljobber. Im Hotel. Nachts um fünf haben wir Fotos gemacht. Geil. Und dann haben wir gesagt, lass doch mal drüber reden. Ja, das machen wir dann auch. Ja, ganz unkompliziert. Nachschlag. Wer sich jetzt fragt, Marcel, wer sich jetzt fragt, wo dieser Nachschlag zu finden ist, der ist natürlich auf Patreon zu finden. Da könnt ihr uns supporten. Das Nachschlag ist, ja, ab dem kleinsten Tier dabei. Ja, also ab drei Euro im Monat kann man es machen. Da kann man auch beim Tippspiel mitspielen. Alles drum dran. Wunderbar. Ihr könnt natürlich auch Kommentare da lassen. Hier und auf Patreon und natürlich überall anders. Und dann lasst natürlich Daumen nach oben da. Marcel, wir haben letzte Woche unser Codewort vergessen. Unser Codewort, um zu kontrollieren, ob die Leute bis zum Ende gehört haben. Ich hoffe, du hast dir was überlegt heute. Ich finde es aber trotzdem, da möchte ich noch drauf eingehen. Ich finde es wunderschön, dass du die gelbe Wand weggemacht hast. Die gefällt mir viel besser. Ja, ist geil, ne? Mit dem Kabel da hinten dran, ne? Also das wird noch sehr... Ich bin ja froh, dass das jetzt geht. Mal gucken. Also es kann auch sein, dass wir mitten in dieser Review sagen, geht doch nicht. Und dann hört ihr mich wieder an. Aber jetzt geht das. Ich bin hier im sichersten Bunker Münsters. Ja, das müssen wir die Tage nochmal machen. Also mit dem Björn tatsächlich. Das ist ein Traum. Ja, der Edeljobber ist zurück. Nicht dauerhaft, aber once in a lifetime dürfen wir mit dem Björn reden. Wie geht es ihm? Was macht er? Und vor allem, wie war dieses Karat-Wochenende? Und ich sage, toll. Jetzt sind wir mal bei Raw. Da stehe ich auch. Ich habe jetzt eine Idee. Da stehe ich echt auf. Da stehst du auf. Auch das werden wir erzählen. Jetzt haben wir so eine Review zu erledigen. Ich habe jetzt eine Aufgabe. Kommentare oder was auch immer. Wir machen das jetzt heute mal so. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Dann fällt mir immer links und rechts und so, ne? Ich sage jetzt einfach, ich spoiler jetzt die Matches. Pass auf. Wer das nicht hören will, der macht jetzt einfach mal so La-le-lu oder so. Oder einfach so La-la-la-la. Aber ich sage jetzt die Matches und ihr schreibt in die Kommentare, ohne die Matches gesehen zu haben, wer gewinnt. Okay? Also, pass auf. Erstes Match. Dominik Mysterio und Driving the Priest gegen Johnny Gargano und Dexter Dumas. So, wer gewinnt? Schreibt das mal auf. Dann. Cody Rhodes gegen LA Knight. Schreibt mal auf, wer gewinnt. Dann. Elias gegen Bronson Reed. Wer gewinnt? Dann. Austin Theory gegen Angelo Dawkins. Wer gewinnt? Schreibt das auf. Dann. Seth Rodens gegen Baron Corbin. Wer gewinnt? Schreibt das auf. Bianca Belair gegen Chelsea Green. Auch eine spannende Frage. Schreibt das auf. Na gut. Made-Events-Solos-Record gegen Kevin Owens. Das ist, sagen wir mal, nur 80% sicher, wer da gewinnt. Aber ich bin mal gespannt. Und dann können wir hinterher überprüfen, ob ihr recht habt. Ist das eine gute Idee, Flöter? Das ist wunderbar. Also, ja. Ja, ich weiß noch, was du abziehst. Aber da reden wir im Laufe dieser Rhythmia drüber. Da bin ich mir sehr sicher. Wir sind in Bromadales Road Island. So schön war das da. Oh ja. Mensch. Da waren Menschen. Und war ausverkauft. Da haben wir sie gesagt zumindest. Nee, sah gut aus. Aber trotzdem, ich fand den Karatlook schöner. Wir saßen am Endress. Da saß keiner. Ja, eine große Idee braucht doch kein Mensch. Ja, aber es war trotzdem wieder Raw. Und das war dann wieder der harte Auffall in der Realität für mich. Spätestens drei Stunden. Ja, war ich wieder angekommen nach dem Karatwochenende. Ach ja, 19 Tage bis WrestleMania ist es. Das wird uns fröhlich gesagt. Edge feiert jetzt ein ganz großes Comeback. Also geht wieder los. Der fängt mit Edge an. Providence, hat der Herr Flöter schon gesagt. Er freut sich. Er freut sich, weil alle so schön jubeln für den Edge. Und wir lieben das ja auch. Wir mögen das. Und jetzt möge doch an dieser Stelle bitte ein gewisser Mann herauskommen. Ihr ahnt es vielleicht. Finn Balor. So, der soll rauskommen. Und alle kommen raus. Stachment Deck kommt komplett raus. Das ist nicht fair. Eigentlich war ja nur Finn Balor angekündigt. Aber macht ja nichts. Der Edge, der nimmt jetzt das Match an für WrestleMania. Das war überraschend. Ja, dann ist ja gut. Das passt. Seine zweite läuft ja auch ab. Der hat ja nicht mehr viele Matches und so. Dann will er das jetzt schnell hinter sich bringen. So wie wir auch. Ja. Finn, du hast das bis jetzt eigentlich ganz cool gemacht und so. Hat ja ganz gut geklappt. Dieses Match kann aber nur auf eine Art enden. Weil, ist doch klar. Hell in a Cell. Und der Finn Balor, du ernstest, nicht sagt. Ja, klar. Ja, klar. Und es werden Dämonen erwähnt. Das ist vielleicht interessant. Der Rest war gar nicht so interessant. Ja. Der teased ein bisschen das Demon-Gimmick. Aber, ganz ehrlich, das war aber auch wieder gerade schön hingerotzt. Muss man jetzt mal sagen. Also, jeder wusste, okay, die machen irgendeine Stimulation und das wird jetzt klar. Lustigerweise, man gibt sich gar keine Mühe mehr. Man macht einfach sieben Minuten oder sowas. Das kommt, geh einfach raus, sag, wir machen Hell in a Cell. Und der andere sagt ja und dann ist gut. So ungefähr hat sich das angefühlt. Lustigerweise, die Halle nimmt das. Aber Hell in a Cell ist halt auch so, das geht immer. Da jubeln die Leute. Ich, ist übrigens das erste Hell in a Cell, glaube ich, seit sieben Jahren. Und das erste Mal ohne den Undertaker. Also, bei einer Mania zumindest. Das wäre ja ganz cool, wenn das Ding nicht jedes Jahr fünfmal stattfinden würde. So, ich verstehe auch nicht so ganz, warum man für diese Fede jetzt noch ein Hell in a Cell braucht. Weil es gab ja das Singles-Match. Es gab mehrere Multi-Man-Matches. Es macht keinen Sinn. Aber es wird wahrscheinlich einfach so sein. Demon, Bella und wieder Brute, Edge oder was auch immer. Ich frage mich halt immer noch, wen das jetzt wirklich hilft. Also, wer geht da jetzt mit over, wer nicht? Also, Edge sagt, ja, er hat keine Zeit, sich damit aufzuhalten. Und der hat das ja eigentlich schon selber fünfmal beendet. Da hat er gesagt, ah, jetzt ist es beendet. Für jetzt dann aber wirklich. Und dann haben wir es dann weggemacht. Das war der Fehler. Genau. Deswegen, also die Story wird nicht besser. Aber das Match wird wrestlerisch natürlich ordentlich werden. Gar keine Frage. Da wollen wir ja gar nicht diskutieren. Und das wird sicherlich auch ein, ne, wegen der Simulation schon ein Highlight sein für viele. Aber ich finde den Aufbau halt so dermaßen bezeichnend. Also, wie das zustande kam. Und das haben die jetzt wie viele Wochen gezogen, dass dieses Match ist fix gemacht wurde. Und dann kommt einfach so sieben Minuten, kommt Edge da, popt. Also, es ist belastend. Es ist mir einfach zu wenig. Aber gut. Rein, wie gesagt, das ist immer wieder beim Thema. Rein, wenn du auf die Karte schaust. Da steht dann Hellnessel, Finn Balor gegen Edge. Ist das nicht so schlecht. Aber die Story dahin ist halt. Ja, die Story geht jetzt noch weiter. Also, Edge ist jetzt weg. Also, alle greifen jetzt den Edge an, ne? Ist ja klar. Also, die Bösen vor allem. Diverse Menschen helfen dann, was jetzt, Edge ist jetzt weg. Was jetzt zu der folgenden improvisierten Auseinandersetzung führt. Ich habe es gerade schon gesagt. Dominik Mysterio und Damien Preece kämpfen jetzt gegen die beiden Retter. Aber kein Witz. Da habe ich doch echt tatsächlich Angst gehabt. Ich hatte nicht aufs Schirm, dass dieses Tag mit Tag, die Match da jetzt gleich kommen soll. Ja, da kommt da Johnny Gagano und Dexter Lumis und machen den Safe für Edge. Ich dachte, ich spinn. Was wollen denn die jetzt? Und da war noch Candice LeRae dabei. Ich dachte, machen die jetzt hier nichts? Eggman, Woman, Tag. Nein. Natürlich nicht. Nein. Rhea Ripley ist ja safe. Die hat ja ihr wichtiges Match. Deswegen wird die da nicht reingebraten. Aber Candice LeRae ist natürlich dabei. Du sagst es. Johnny Gagano und Dexter Lumis. Das ist klar. Draußen legen sich dann auch Rhea Ripley und Candice LeRae doch miteinander an. Aber ohne Match. Dann will der Dexter Lumis die retten. Da habe ich dann fast der Sieg für Dom Dom. Aber kurze Zeit später dann doch. Also tatsächlich. Standortbestimmung gelungen, sage ich. Judgment der Gewinn. Wer hätte das gedacht? Ja, Match war okay. Dexter Lumis hat mal ein bisschen Ringzeit bekommen. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Wird dann halt gefinisht. Aber natürlich, weil Dom wieder unfair ist. Und der Rhea und so. Das ist ja. Da ist mir dann auch wieder klar geworden, als das Match begann. Und die beiden Frauen draußen standen. Okay, es wird halt wieder genau so ein Finish. Und genau das war es dann auch. Und zwar natürlich wieder zwei Blind-Tags drin. Weil das ja auch klar ist bei den Heals. Es ist halt so dermaßen Schema F. Deswegen wird das Ding auch nicht interessant. Man wollte nochmal zeigen, wer hier gerade wichtig ist. Und das ist halt Dominik. Und das ist halt der Grund, warum das hier passiert. Und das zieht sich heute wie ein roter Faden durch. Und dieser rote Faden hat mir nicht gefallen. Ja, das glaube ich. Ich mache gerade hier Live-Check-Up und so. Live-Fakten-Check. Ich gucke gerade die Hell in the Cell-Matches durch. Du kannst mir vieles erzählen. Was auch. Letzte Hell in the Cell bei Wrestlemania. Ich scrolle, ich scrolle. 33. Undertaker gegen Shane McMahon. Hast du recht, war der Undertaker. Dann Wrestlemania. Was ist das? Die Zahl 28 Undertaker Triple H. Tatsächlich. Dann Wrestlemania 15. Undertaker gegen Vic Bosman. Wir erinnern uns, da ist ein Mensch gehängt worden. Und danach kamen die Nitro-Girls raus. Und das war's. Das heißt, du hast gelogen. Es gab tatsächlich noch nie ein Wrestlemania-Match Hell in the Cell ohne den Undertaker. Hab ich es doch gesagt? Das heißt, ich freue mich jetzt. Du hast gesagt, das ist das erste Mal seit sieben Jahren ohne den Undertaker. Nein, das ist das erste Match seit sieben Jahren und das erste Mal ohne den Undertaker. Hör doch zu. Das hast du gerade bestätigt. Mann, 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 Mann. Mann, ey, seit du im Bunker sitzt, kriegst du aber auch nichts mit da unten. Tut mir leid, dass ich dich bestätigt habe. Das war bestimmt nicht meine Absicht. Naja, Show geht weiter. Interview. Jetzt ist so eine Interview-Parade. Pass auf. Der Mist wird jetzt interviewt. Vor der Show sogar schon. Ich habe das diesmal gelesen. Das war vor der Show. Das wird aber von Chad Gable unterbrochen, weil Chad Gable den Otis verloren hat. Der ist auf einmal weg. Das machen wir jetzt. Und dann kommt die gute Idee, der soll ein paar Flyer verteilen, dass man den Otis wiederfindet. Dann wird der Mist gefragt, ob er denn gerne einen Co-Host hätte für Wrestlemania. Wäre ja auch mal eine Idee, dass der Mist das dann irgendwie moderiert. Vielleicht mit Kunta ja auch oder so. Vielleicht mit Anne will. Weiß man nicht. Will aber nicht. Tastessen gibt es einen dicken Broad. Und zwar Backstage. Jetzt geht das so ineinander über. Backstage. Wo am Kamera geht hin? Da wird die Triss Jettis gerade verhauen. Von Damage getrillt. Drei gegen eine ist unfair. Und offizielle kommen natürlich auch. Das ist klar. Ja, aber das Mist ich mal teased so ein bisschen, dass da noch jemand kommen könnte. Mal gucken. Vielleicht ist ja doch so Rock und dann gleich auch. Joko. Joko. Oder der eine Nackte da, der da jetzt die Show übernommen hat. Der könnte das auch machen. Das weiß ich nicht. Aber ja, das ist in Ordnung. Und Otis wird gesucht. Ich habe den Flyer auch nochmal angeschaut. Der war auf Twitter auch zu sehen. Da steht ein Telefonnummer. Daraufhin hat er nicht angerufen. Das ist bestimmt wieder irgendein Running Gag. Aber das war schon lustig. Hatten wir halt mit Butch schon mal. Aber warum denn nicht? Also Otis ist ja auf jeden Fall nicht da. Der ist nicht zum Trainieren gekommen. Das war das Problem. Und jetzt ist er natürlich besorgt, der Coach. Der Coach. Gable. Mal gucken, was er draus machen. Kommt nachher nochmal ein Segment. Das Bleatdown-Ding. Ach ja. Geil. Damage-Control. Lieben wir. Ja. Jetzt kommt aber was. Das hat mir tatsächlich gefallen. Das ist sehr erstaunlich. Wir machen wieder mit Brock Lesnar und Omos weiter. Das war schon mal so, dass die das als zweites auf der Karte quasi machen. Größe. Allergrößtes Face-to-Face soll jetzt kommen. Das Face-to-Face des Jahrhunderts quasi. Weil der Omos ist ja groß. Weiß nicht, ob du das so mitgekriegt hast. Omos und MVP, die kommen dann zum Ring. MVP sagt, ha 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 Brock Lesnar, ganz schön blöd von dir, dass du jetzt das Match gegen Omos angenommen hast, weil du wirst verlieren. Bladiblu. Dann kommt Brock Lesnar, der unterbricht das Ganze. Und die Crowd schreit, holy nix, holy nix, holy nix. Das Schritt wird ja immer weggepiept, als sie sich gegenüberstehen. Man macht nicht so eine große Nummer draus, wie bei Braun Strowman und Omos. Aber man sieht schon, dass der Brock Lesnar einfach mal ein Kopf kleiner ist. Das ist ja klar. Und eine ganz große Faust hat er auch. Die zeigt er auch ins Gesicht und so. Es gibt einen Handshake. Und jetzt möchte der Lesnar gerne einen Suplex abliefern am Omos, so wie er das mit jedem anderen auch macht. Kann er nicht, wird rausgeworfen. Und dann gibt es einen taktischen Rückzug. Und das fand ich das Tolle daran. Brock Lesnar hat gesehen, ei, 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 der Omos. Lässt sich natürlich nichts anmerken, sondern verzieht sich erst mal wieder. Und die große Konfrontation kommt da bei WrestleMania. Fand ich auch ordentlich umgesetzt. Also was sollen die noch groß labern? MVP labern am Anfang ein bisschen, aber das ging dann nur, dass Lesnar seinen Pop bekommt, weil er unterbricht. Okay, alles klar. Und dann hast du lustigerweise mehr Kameraeinstellungen gehabt, als die dann endlich gegenüberstanden. Am Anfang sah es noch gar nicht so wild aus. Dann kam die Totale. Du hast ja ein bisschen gesehen. Brock Lesnar, meiner, der ist ja noch mal kleiner als von Strowman. Bei Strowman sah das ja schon gut aus. Man hat es nicht ganz so inszeniert, das stimmt, aber man wollte genau darauf hinaus. Also auch die große Hand, die er dann hinhält und die große Faust und was weiß ich. Das ist schon sehr bewusst gemacht. Und gerade dieses Element mit dem taktischen Rückzug bei Brock Lesnar, da gehe ich mit. Das fand ich gut, weil Lesnar ist ja, Ist das ja auch eine Losing-Streak? Ein bisschen schon, ne? Haben wir jetzt ein paar mal drüber geredet. Also, sagen wir mal. Darum ist es nicht, glaube ich. Naja, aber er zweifelt so ein bisschen dran. Also zumindest hat er so einen Blick gehabt. Er hat jetzt gesehen, den haue ich, ich haue jeden weg und das ist jetzt der erste Eieiei. Lässt sich aber auch nichts anmerken. Also es gibt dann keinen, oh, du bist scheiße. Und es gibt auch keinen, ich haue dich trotzdem, sondern ich gehe dann mal. Und dann schauen wir mal weiter. Interessant war, interessant war, dass die Fans natürlich den Job im Suplex fordern. Und er ihn dann auch versucht. Also das fand ich gut. Und einen F5 spart man sich an der Stelle. Letztens gab es ja immer einen F5 gegen MVP oder wen auch immer. Und das hat man jetzt diesmal gar nicht gemacht. Das wird der große Moment sein, den man dann aufbauen will. Das ist aber absolut in Ordnung. Das ist auch Standardkost. Ja, natürlich. Aber auch hier nicht zu lang gezogen. Was soll jetzt? Da lässt er noch großartig reden. Also komm auf die Fresse und gut. Und ich habe eigentlich Bock drauf. Also ganz ehrlich, ich gucke mir das so an. Die werden da schon ordentlich hingekommen. Das haben die mit Omos und Lashley letztes Jahr auch gemacht. Das ist in Ordnung. Auch mit Strowman, dass Omos war gut. Also Omos kommt mir manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Der macht das, was er tun soll. Und das funktioniert. Und das sieht beeindruckend aus, wenn er da gegenüber dem Lesnar steht. Weil Lesnar ist für uns ja so ein Hühne. Und dann steht da auf einmal einer, der ist einfach eineinhalb mit Köpfe größer. Das sieht schon geil aus. Darf man das noch sagen? Ja, bestimmt. Du darfst das. Mich stört halt nur nach wie vor, dass diese Rochelle Lashley keine Überraschung hat. Also quasi gar nicht so. Also das Match ist klar, wir machen das und dann machen wir das. Und in jedem einzelnen Segment werden einfach nur Dinge bestätigt, die wir eh schon kennen. Und du sagst es, die müssen gar nicht mehr groß machen. Also eigentlich kannst du jetzt diese Roars einfach auch weglassen. Dann erfährst du auch nicht mehr. Hell in a Cell, Hell in a Cell. Jetzt hat nämlich der Cody Rhodes Adrenalin in seiner Seele. Cody Rhodes ist nämlich der Nächste, der rauskommt. Gegen LA Knight. Weil, warum nicht? Cody ist relativ überrascht, dass der LA Knight so gut ist. Der kriegt auch gut Offensive. Das fand ich in dem Fall eigentlich ganz okay. Reicht aber natürlich für den Sieg. Cody Rhodes macht das. Und jetzt gibt es noch so eine Cody Rhodes-Probe. Promo, weiß ich auch nicht, ob ich die gebraucht hätte. Weil der Paul Heyman hat ja gesagt, dass sich der Cody aus der Bloodline raushalten soll. Aber Cody ist ein selbstständiger Worker. Der kann sich verbünden, mit wem er will. Und persönlich ist ja sowieso alles ganz interessant. Ich trage einen Anzug, einen Anzug trage ich. Nicht, weil ich jemand bin, sondern weil ich jemand sein will. Ich gewinne zwar alles, aber ich habe nichts. Daher muss jetzt gegen Romance gewonnen werden. War natürlich eine gute Promo, ja. Aber es war halt die nächste Cody Rhodes-Probe an der Stelle. Marcel, du siehst das so negativ. Ich fand es gut. Erstmal das Match fand ich sehr gut gewirkt. Weil es waren sehr viele Basics drin. Wristerholz, Headlocks. Aber alles, was die gemacht haben, hat irgendwas bedeutet. Und das ist Oldschool-Catch. Das hat mir gefallen. LA Knight auch mal geshowcased. Ja, natürlich verliert er jetzt gegen Cody Rhodes. Muss er ja. Aber die haben ja auch eine Historie. Also habe ich auch noch mal gelesen gehabt. Cody Rhodes war einer der Befürworter, der damals LA Knight zur AEW holen wollte. Und dann gab es kurzfristig, hat das nicht geklappt. Und dann ist er zur NXT gegangen. Also da gibt es schon auch einen historischen Bezug. Hat man hier nicht gespielt. Aber dennoch, das Match gab es noch nicht. Kann man so machen. Anna Knight macht ja seinen Job perfekt. Und das Match war cool. Weil die einfach Basics worken. Und verkaufen. Vor allem die verkaufen es halt. Das ist nicht so eine Choreografie. Da kommt nicht ein Move nach dem anderen. Und dann überlegt er schon wieder, was muss ich jetzt für ein Handspring machen. Nee, das ist Wrestling. So funktioniert der Pumps. Und das hat mir gut gefallen. Und das kann man so machen. Und das würde ich, der Sieger ist klar. Die Promo ist auch klar. Was neu war in der Promo? Er sagt jetzt offiziell 2. April. Das heißt, das ist das Sonntags-Main-Event. Das ist damit offiziell. Hat er auch mehrfach erwähnt. Ich glaube, das war der Grund für diese Promo. Ja, jetzt ändern die auch nichts mehr. Semi-Sale hat er nicht gehabt. Nee, aber zumindest wird es jetzt mal gesagt. Also bisher hat man ja immer nur die Matches an den König nie gesagt, an welchem Tag Wasserstand findet. Das hat man jetzt endlich gesagt. Das ist auch in Ordnung. Und er wird der erste Rhodes sein, der als Champion, als Champion ist sehr gut wie die anderen. Da gab es den Titel noch nicht. Aber natürlich, das ist die Story. Mehr ist es nicht. Und du machst hier die ganze Show eigentlich nichts anderes, wie zeigt die WrestleMania-Talents, die overgehen sollen und präsentiert die einigermaßen ordentlich. Hier hat es für mich funktioniert. Auch weil die Promo dann, die ist natürlich nichts Neues, aber die ist intensiv. Und er erklärt ein paar Sachen. Und er sagt dann auch, ich bin ungeschlagen. Das sind ja auch so Sachen, die haben viele vielleicht nicht im Kopf. Da waren viele kleinere Dinge drin, ohne jetzt viel Weiterentwicklung zu haben. Aber grundsätzlich gehe ich da immer noch mit konform, dass der Main-Event wird funktionieren. Übrigens nächste Woche dann ja nochmal großer Showdown, glaube ich. Kommen wir nachher dazu. Nächste Woche kommt der Travel Chief zurück und ich werde nicht fingern, das kann ich sagen. Ja, mit dem Gürtel hin oder her. Es ging halt darum, dass er kein World Title gewonnen hat. Also weder Dustin noch Dustin. Meines Wissens, zumindest in der WWF oder WWE vielleicht davor oder woanders. Stimmt. Könnt ihr das nachgucken, mache ich aber nicht. Denn wir haben jetzt ein Interview, ein großes Interview wieder. Seth Rollins ist da. Letzte Woche hat ja der Logan Paul im Lotto gewonnen, sagt er uns. Da war ja dieser One Lucky Punch, Bams, ins Gesicht rein, auf die Fresse hat es gegeben. Aber jetzt wird natürlich bei WrestleMania der Logan Paul nicht mehr so viel Glück haben. Dann kommt The Miss rein in dieses Interview. The Miss, der sich gerade eben noch beschwert hat, dass Interviews unterbrochen werden von den Championship Games. Der macht das jetzt selber. Und zwar hat er die ganz großen Informationen. Er ist jetzt auch der Host von WrestleMania. Er kann jetzt auch selber entscheiden, Matches festlegen. Er weiß alles. Nächste Woche gibt es ein Impulse-Fift-TV mit Logan Paul. Und dann wird der Miss dann der Special Guest sein. Da freue ich mich drauf. Und dann kommt Baron Corbin vorbei. Baron Corbin, fand ich jetzt eigentlich wieder ganz witzig. Hör mal, Miss, wenn du doch schon sagst, du kannst Matches klar machen, dann mach das doch mal. Ich hätte ganz gerne auch so ein WrestleMania-Match. Nee, will der Match nicht. Will der Miss nicht. Und dann geht dann aber der Corbin zum Rollins. Ja komm, aber dann wenigstens du. Lass doch einfach kämpfen, weißt du. Und aber Rollins sagt auch, nee, ach nee. Also auf so ein Match gegen Baron Corbin habe ich gar keine Lust. Aber dann stachelt er den an, der Corbin. Der sagt, ja, aber dann werde ich dich jetzt so schlagen wie der Logan Paul jetzt hier letzte Woche. Und dann mach ich für dich WrestleMania. Und dann, sagt der Sestorin, das ist natürlich eine Herausforderung. Die muss ich annehmen. Ja, das geht ja gar nicht anders. Deswegen werden wir dieses große Match Baron Corbin gegen Sestorins in Zukunft kriegen. Also gleich, im Prinzip. Ja. Ja, war okay. Das war, das war so ein kleiner Aufbau in der Show. Mist nochmal gezeigt. Also wieder die Hostnummer gespielt. Also da kommt noch irgendwas. Da bin ich mir sicher. Da wird noch irgendwer aufkommen. Und Logan Paul ist halt nicht da diese Woche. Dementsprechend muss man es anders lösen. Und Baron Corbin passt doch eigentlich in diese Rolle. Ich meine, der verliert gerade alles. Und das wurde ja dann auch nochmal gesagt. Mist, ja, ich weiß, dir geht es gerade nicht so gut. Ist schon klar. Das kann man so machen. Plus Corbin hat ja sogar wirklich diesen legiten Boxer-Hintergrund. Also er ist ja Grunde-Clubs-Champion. Sagt er ja auch. Das heißt, der kann den wirklich ausknocken, wenn er den wollen würde. Geht natürlich Solnheim technisch nicht. Und dann ist halt eine typische Sestorin-Promo. Der singt ja mehr, als dass er redet. Das finde ich aber, das hebt ihn ja ab. Und dann, oh, das ist eine Herausforderung. Ja, dann ist das schon anders. Das fand ich wieder lustig. Und dann geht das singt wieder weg. Und dann gibt es das Match. Das ist okay. Kann man so machen. Aber es ist auch wieder so, genau wie es da geht. Schema F heute, ja, jeder kriegt ein Match. Und jeder, wir kennen den Sieger. So, sagen wir es mal. Ja, das schon. Aber es war eigentlich etwas Unterhaltsam. Also Baron Corbin, da bin ich gespannt, wohin das geht. Generell Mist. Generell Mist und Seth Rollers funktionieren ganz gut zusammen, finde ich. Ja, und es wurde ja jetzt schon ein Co-Host zumindest angesprochen. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass irgendwas da noch kommt in irgendeiner Form. Und wenn Mist, dann will ich nur für dieses Match da. Es ist ja sogar der Opener und danach wird er ersetzt oder so. Also da ist der letzte Kuchen noch nicht gegessen. Wo allerdings der letzte Kuchen gegessen ist, ist sogar ein Stichwort, ein Sprichwort, ist mir auch egal, ist bei Elias gegen Brunson Reed. Da hat ja der Rick Bux in der letzten Woche so ein bisschen reingequatscht. Das war ein bisschen fies. Der ist jetzt auch mit dabei, schreibt fleißig Notizen, aber das Match geht gar nicht so lange. Denn, ihr ahnt es vielleicht, Brunson Reed gewinnt das Match. Zwei Minuten irgendwas. Naja, also lustigerweise, Rick Bux hat uns doch letzte Woche erzählt, dass er keine Notizen mehr macht, weil es bringt ja eh nichts. Dann steht er wieder draußen und schreibt Notizen. Weiß ich nicht. Brunson Reed. Ja, das hätte er sich vielleicht auch schreiben sollen. Ja, hätte er sich. Brunson Reed macht den, er squascht Elias. Also Elias sieht auch kein Land in den letzten Monaten. Und Brunson Reed, ja, er macht ja das, was er die letzten Wochen auch gemacht hat. Man gibt ihm immer wieder mal Siege gegen Mitkader. Und das ist okay. Ich sehe aber noch nicht so richtig, wo es hingehen soll. Also allein nur Siege, Siege, Siege. Das hat man gerade an mehreren Stellen. Also Cody gewinnt alles. Solo gewinnt alles. Alle gewinnen alles. Das wird dann, das lutscht sich halt auch schnell aus. Muss man mal gucken. Da muss dann jetzt irgendwas kommen. Den Sinn hat, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das ist dann nicht die richtige Ansetzung. Also Elias ist halt nicht der Name. Wahrscheinlich geht es dann gegen Bux nochmal. Und das ist dann auch nicht der richtige Name. Und das hilft jetzt nicht unbedingt weiter, außer dass du Brunson Reed im TV hast. Das ist das Einzige. Mal gucken, wie lange man da spielen will. Vielleicht gibt es ja mal wieder so eine Street-Geschichte oder sowas. Das kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Aber so richtig abholen kann es mich noch nicht, sagen wir mal ehrlich. Ja, ich finde das auch generell mit den Matches. Du könntest ja jetzt mal ansprechen. Wir haben ja jetzt so einen Mittelteil verloren. Also natürlich ist es richtig, dass die, die die großen Matches bei WrestleMania kriegen, dass die auch ihre Matches vorher gewinnen. Das ist ja gar keine Frage. Aber brauche ich dann die Matches dann überhaupt? Man kann doch zumindest in einer der Fäden mal so eine Überraschung machen. Dass dann einer dann überraschend gewinnt und dann, oh, was machen wir jetzt? Doch, Triple Threat wird ja nochmal ersetzt oder so. Aber das ist einfach so gar nicht. Also diese Folge Raw ist einfach von Anfang bis Ende, kannst du genau sagen, was passiert. Und dann ist es halt langweilig zu gucken, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, da gehe ich mit. Gerade mit solchen Heels wie Dominik im Opener. Lass den doch dann verlieren. Also der kann ja durch Eingriff, der nimmt ja jetzt Schaden davon. Also dieses künstliche, ich muss den jetzt gut darstellen. Die haben den wochenlang als Geek dargestellt. Auf einmal wrestelt er zwei Wochen ganz ordentlich. Nur weil er dann vielleicht ein WrestleMania-Match bestreiten muss. Das ist halt sehr durchsichtig. Andererseits sind wir wieder beim Thema. Am Ende des Tages, die Bubble schaut WrestleMania sowieso. und der Rest ist nur Name-Shopping. Und dafür brauchst du diese Matches auch nicht und diese Siege. Das ist halt das Ding. Und deswegen kommt es für uns halt so ein bisschen vor. Also man traut sich halt jetzt nicht, die ganz großen Matches zu bringen. Im Main Event heute, da würde ich vielleicht noch ein paar Abstriche machen. Also im positiven Sinne an der Kritik. Aber ansonsten bringt man halt jetzt keine Ansetzung mehr, wo man sagt, okay, das ist aber spannend. Das ist halt das Merkensame für die ganze Show. Es ist halt nicht nur WrestleMania. Gut, die machen immerhin nicht in der ersten Woche schon, dass die alle Matches festlegen. Aber die legen die jetzt so nach und nach fest. Aber eigentlich weiß man es nicht. Aber jeder weiß, was kommt. Jeder weiß. Naja, letztes Jahr war es genauso. Und dann kam ein Kracher-Restin-Wender dabei raus. Deswegen meckere ich mir nicht zu viel. Aber für den Moment, naja. Cassie Kelly, die macht jetzt so ein großes Update. Das ist ja die Interviewerin heute. Ganz viele Sachen parat. Und zwar zu Trish Jettas möchte sie ganz gerne ein Interview machen. Man steht vor der Tür. Geht aber nicht, weil sie ist ja verletzt. Dann kommt der Shad Gable wieder vorbei. Ganz witzig mit seinen Flyern von Otis. Und dann gehen Becky Lynch und Dieter da rein und schauen nach, wie es der guten Trish geht. Das werden wir dann gleich erfahren. Dann geht es nach der Werbung weiter. Dann ist die Cassie Kelly schon. Also von einem Ort zum nächsten. Also die Werbung hat die Eiskalt genutzt. Die ist jetzt nämlich bei Kevin Owens. Und Kevin Owens sagt nochmal, klipp und klar, ich brauche Sami Zayn nicht. Niemals. Brauche ich nicht. Und was ich auch nicht brauche, ist Hilfe von Cody Rhodes. Das ist die Antwort auf das, was letzte Woche passiert ist. Cody Rhodes brauche ich auch nicht. Komme heute bloß nicht raus, denn Kevin Owens hatte im Main Event heute ein Match gegen Solos Ikor. Das fand ich gut, dass man sagt, also Cody Rhodes, geh weg. Will ich nicht haben, weil dann haben wir zumindest ein bisschen Aufbau für das Match. Ja, und es ist ja ein Streetfight. Dementsprechend sind die Eingriffe möglich. Also das weiß Kevin Owens auch, aber er will keine Hilfe. Man erwähnt dann auch wieder im Kommentar danach, dann Pricefighter und was weiß ich. Ich weiß halt nicht, ob es dumm ist. Aber ich hatte das Gefühl, der war heute schon wieder ein bisschen gemäßigter Sami gegenüber. Also das war jetzt nicht mehr ganz so, aber naja, er sagt halt, du weißt doch, was passiert ist. Das ist doch klar. Und das reicht jetzt vielleicht auch mal. Letzte Woche kam er so ein bisschen, so ein bisschen heelisch fast drüber. Das war diese Woche nicht ganz so der Fall. Da hat man ein bisschen was angepasst. Heute war er freundlich. Ich bedanke sie dann auch für das tolle Interview. Das ist dann wieder felsig. Okay, gehe ich mit. Ging eigentlich nur darum zu sagen, hey, Main Event ist ein Streetfight. Mehr war es doch nicht. Also sind wir ehrlich. Plus, man hat eben die Cody-Nummer aufgenommen. Ja, das war das Gute halt. Das war das Gute. Vielleicht hätte man aber zeigen sollen, dass sie im Hintergrund geredet haben. Das fehlt mir dann manchmal. Ich hatte noch 5.000 Recaps von Sachen, die wir eh schon 5.000 Mal gesehen haben. Zeig doch nochmal, ey, letzte Woche, die standen da im Hintergrund und haben geredet. Das haben viele bestimmt... Hätte ja Casey Kelly sagen können, boah, ich habe hier recherchiert und so. Ich habe die Zeit genutzt. Guck mal da im Hintergrund. Du wolltest doch den, du wolltest den, dass der kommt. Und dann hätte er uns sagen können, ja, aber jetzt will ich... Irgendwie hätte man es cooler machen können. Aber vielleicht wieder auch Zeit, ne? Ein bisschen komisch geplant für die Show. Ja, so, jetzt sind wir wieder earlier tonight. Earlier, also vor der Show. Da kommt Baby John Cena rein, so wird er zumindest genannt. Austin Theory kommt rein und geht an den Street Profits vorbei. Die stehen da so rum und die provozieren ihn komplett, ne? Dabei, und das möchte ich sagen, hat doch der Austin Theory genau das gekriegt, was er wollte. Ich bleibe dabei. Der hat doch alles richtig gemacht. Und dann fragt er so, dann provoziert der Theory zurück, wer ist denn wohl der härteste der Street Profits? Also doch wohl nicht dieser Dawkins. Dieser Dawkins ist es doch bestimmt, wohl nicht dieser Ford. Das heißt, der schichelt da schon, ne? Das führt natürlich dazu, dass der Dawkins jetzt diese Herausforderung annehmen möchte, ne? Und dann fragt er noch, was macht ihr eigentlich bei WrestleMania? Ja, nix. Ja, letztes Jahr waren sie noch da, waren sie noch im Opener. Die Street Profits, ist das so ein Kandidat, so ein Giant, oder kriegen die auch was? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das sah mir wieder ein bisschen nach dem möglichen Split aus, weil Dawkins steht da mit seiner Gear, ja, also mit dem, was er dann später auch anhat, und Montes Ford steht wieder abgehoben mit Goldkette und so ein bisschen Schakett und Sonnenbrille. Ich glaube, man will das schon bewusst visuell auch zeigen gerade, aber das hat man halt schon mal angefangen und dann wieder gedroppt. Und jetzt könnte vielleicht der Punkt sein, dass man es jetzt wieder macht. Jetzt ist wieder Dawkins derjenige, der als erstes gehen muss. Hatten wir ja bei Helden Selt zu den Qualifyingen gehabt, war das ja ähnlich, dann war das ja auch schon so ein Ding, oh, wer von den beiden, da hat man es gar nicht gespielt. Jetzt greift man es, glaube ich, wieder auf. Vielleicht ist das so eine Story, die sich einfach entwickelt und nachher sagt man dann, ja, damals hast du doch, so, das könnte ich mir vorstellen. Ganz ehrlich, wir wissen beide, er wird eh beide wrestlen. Heute ist er Dawkins, nächste Woche ist es dann natürlich Montes Ford. Was? Jetzt spoilere ich das doch nicht. Und das finde ich aber wieder absolut okay, weil Montes Ford nochmal zu bringen in einem US-Title-Match, das ist okay, auch wenn es vielleicht Non-Title ist, also heute ist es zumindest Non-Title, aber der hatte ja ein cooles Showing bei Anomination Chamber, da hat man auch nichts damit gemacht, das verstehe ich auch bis jetzt gar nicht. Vielleicht ist das halt nochmal so ein möglicher geteaster Absatz zumindest. Ich glaube nicht, dass er den Titel noch verlieren wird auf dem Weg oder er verliebt ihn wirklich und man kriegt Sina einfach nicht im US-Title-Match, sondern man kriegt es einfach so. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit und damit hältst du einen Push für Montes Ford mit drin und vielleicht ein mögliches Blitz. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, vielleicht kriegen wir diese Windung noch. Ich sehe es ja bisher auch noch nicht, aber mal gucken, ich hoffe ja. Grundsätzlich muss man schon sagen, hat ja Sina hier auch nicht Unrecht. Also was macht ihr denn? Was habt ihr denn für eine Daseinsberechtigung gerade? Nicht viele, sind wir mal ehrlich. Ja, eben. Ich sehe ja nicht, dass das kommt, aber ich fände es ja natürlich mal interessant. Immerhin passt das in die Story, du sagst es nach Anomination Chamber. Theory gegen Dawkins, Theory gewinnt, wer hätte das ahnen können. Danach dem Match macht er noch ein STF an Dawkins, also den Sina-Move, um auch mal zu sagen, und you can see, wie macht er auch noch. Montes Ford rettet dann und tatsächlich nächste Woche gibt es das Match, wird angekündigt. Das wäre doch tatsächlich dieser Spot, da könnte man auch jetzt diese eine Überraschung machen, was ich gerade gesagt habe, hätte man heute schon machen können. Oder man macht jetzt Dawkins, verliert und nächste Woche, das schadet dem Theory doch auch nicht, wenn der Ford gewinnt. Der muss ja nicht sein Gürtel verlieren, aber so ein Dämpfer vor WrestleMania, irgendwelche Zweifel beim Yield oder so, wäre doch eine Story, man hätte das durchaus bringen können. Auch die Darstellung in dem Match hat mich ein bisschen getriggert wieder. Ey, du willst Siri groß gegen Sina stellen und Siri hat echt Probleme mit Angelo Dawkins, das finde ich nicht gut. Also, der gewinnt doch wieder nur, weil er am Ende dann irgendwie einen Move kontert und dann macht er seine ATL und dann ist gut. Also, das finde ich ein bisschen komisch von der Darstellung, das haben wir aber schon ein paar Mal bei ihm beobachtet. Match war wrestlerisch okay, keine Augenweide, aber ich werde mit diesem Dawkins auch nicht mehr warm in diesem Leben, glaube ich. Ich habe das jetzt irgendwie mal weitergebracht, auch hier wieder nicht. Also, ja, du kriegst Siri den Sieg und that's it. Interessant war, höchstens noch am Kommentar wurde gesagt, oh, Sina hat ihn letzte Woche gekocht. Also, nicht geroasted, aber gekocht. Das hat man zumindest bewusst dann offensichtlich so dargestellt und deswegen ist das okay. Aber ich meine, der hat ja gut lachen und das hat man in der Prome davor gesagt und jetzt hat er das Match halt gewonnen. Okay, was rehabilitiert. Das ist immerhin eine Story. Immerhin, immerhin etwas. Aber, naja, wenn jetzt der Ford nächste Woche gewinnt, dann hat es keinen Mehrwert für irgendwen gehabt. Wenn der Ford gewinnen würde, dann wäre es interessant, aber ich... Naja, vielleicht muss man ja nicht, dass das passiert. Vielleicht Postman ja, ne? Wenn Ford gewinnt und dann geht Siri in das Ding, Retain vielleicht gegen Sina und dann Watt ist Ford gegen Siri. Hat man schon was aufgeworfen. Naja. Paul Heyman muss jetzt auch da sein. Ich finde das aktuell tatsächlich so ein bisschen so, Paul Heyman haken wir ab, Cody Rhodes haken wir ab. Weil Paul Heyman sagt jetzt nämlich auch noch was. Die haben ja jetzt Kevin Owens als Problem erkannt und das Problem wollen die jetzt gebannt wissen, denn der ist Rolo Sikor, auch mal seine Klappe halten, denn nächste Woche kommt Roman Reigns und Cody, wenn du schlau bist, dann machst du da so eine Runde Acknowledge-Kite, also du sagst einmal Finger hoch oder so. Ansonsten löst Roman Reigns sein Cody Rhodes-Problem höchstpersönlich. Tja, wie gesagt, das Problem mit Promo. Naja, interessant war, dass er erst über... Also, er identifiziert ja jede Woche gefühlt neue Probleme. Semi-Sale, jetzt ist es auf einmal Kevin Owens wieder. Das finde ich schon ganz lustig und dieses Cody-Ding-Kontor, der geht ja schon fast aus dem Bild. Achso, übrigens, Cody, war ja auch noch was. Also, er nimmt den nicht ernst, ja, und dann hat er ja aber vorher darüber gesprochen, um Kevin Owens wird sich da in den Forster kümmern, also Solo heute. Und, ach, übrigens, bei Cody, das macht der Tribal-Beschiff dann selber. Das ist schon eine Ansage gewesen, aber es ist halt auch keine Weiterentwicklung. Also, das ist halt wieder nur, wir überhangeln uns von Woche zu Woche. Das ist okay, nächste Woche ist er dann da, dann gibt es dann nochmal ein Face-to-Face, dann gibt es vielleicht auch die Mappe oder wie auch immer und dann ist gut. So, offensichtlich... Auf die Fresse heißt das, wir sind immer noch Karat-Wochenende. Ja, offensichtlich wird dann der Face natürlich einstecken und dann kommt KO doch und hilft und Sammy auch und dann haben wir die auch wieder irgendwie so, das ist halt sehr, sehr einfach gestrickt gerade. Holly Heyman, du sagst es, auch wieder so eine Promo, das haben wir jetzt zu oft gesehen. Das haben wir einfach jetzt zu oft und lass den doch im Ring kommen, wenn Cody da ist, dann wäre die Promo viel lustiger gewesen. Ja, dann hätten die zumindest eine Interaktion gehabt, macht man leider wieder nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil das ist einfach verschenktes Potenzial, nur um Minuten rauszudrücken, damit man irgendwie die drei Stunden vollkriegt. Ja, weil das Match existiert und weil wir jede Woche etwas zu diesem Match sagen müssen, aber eigentlich nichts zu sagen haben. Das ist schade und das ist nicht die Story, die ich von der Bloodline erwarte. Der ist eigentlich immer mehr Tiefgang drin gewesen. Egal, viel Tiefgang drin gewesen ist in dem Legendary Luchador Rey Mysterio Lucha, Lucha, das ist jetzt in Zukunft der Hall of Famer, ne? Der kommt jetzt vor WrestleMania, das ist ja dann der 31.3. vermutlich. Dann können wir sagen Legendary Hall of Famer Rey Mysterio, der kommt jetzt zu Raw erstmal wieder, hat so ein bisschen Termine noch, der sagt erstmal, es ist voll gut, wieder bei Raw zu sein, da habe ich gedacht, ja, hätte er ja nicht wegrennen müssen letztens. Jetzt ist er wieder da und jetzt flirte er jetzt, rat doch mal. Eigentlich könnte ich das jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, ratet mal, wer jetzt diese Rede von Rey Mysterio unterbricht. Dominik. Dominik. Nein, es ist Dominik Mysterio, der kommt natürlich. Ja, du bist ja ganz verdient in der Hall of Fame, alles richtig gemacht und zwar auf meine Kosten. Buh. Ich hatte all die Jahre keinen Vater. Buh. Weißt du, hier die ganzen Leute, die hier rumsitzen, alles unbekannte Leute, die jubeln dir zu und so und ich sitze dann zu Hause, nix. Meine Freunde damals in der Jugend, die hatten alle einen Mercedes und du kaufst mir nur einen BMW. Das war die Leiden des Tages, die war gut. Frohsatig. Und jetzt kommt die große Überraschung, die große Überraschung. Du ahnst dich, was der Dominik will. Der Dominik will und jetzt kommt ein Match bei WrestleMania. Tag will er machen und der Remix Mysterio will aber nicht. Ich kämpfe nicht gegen dich, ich gehe dann wieder weg. Dumm. Ja, nächstes Match passen wir halt auf nächste Woche vertagen und dann das Fix zu machen. Naja, so läuft es halt gerade, aber die Leiden mit dem BMW fand ich gut, weil er auch noch hinterher, es war nicht mal die M-Serie. Großartig. Fand ich gut und das kann man so machen. Auch Dominik kriegt auch weiter gute Heal-Reaktionen. Also das funktioniert. Also auf Dominik habe ich Bock, aktuell. Frag mich nicht warum, aber ich finde es unterhaltsam und natürlich wird es das Match geben, sind wir mal ehrlich und wahrscheinlich geht es dann auch um die Karriere. Könnte ich mir gut vorstellen. Also Maske gegen, also wahrscheinlich wird es ein Mask-Match und dann wäre die Karriere theoretisch von Rey beendet. Wir vergessen einfach mal, dass er die Maske monatelang bei WCW schon mal abgelegt hatte, aber das ist ein anderes Thema, das haben wir ja vergessen in dem Kosmos, in dem Universum. Von daher. Der Commander in Oberhausen hat ja auch seine Maske abgezogen gekriegt. Die haben das ja nicht durchgezogen. Ich muss jetzt sagen, das Ding ist, normalerweise sollte man doch meinen, dass Rey hier der große Name ist, aber inzwischen wirkt es halt echt so, dass Dominik das Ding dann trägt. Ja, weil Rey nie was macht. Der geht dann immer wieder zurück, ich kämpfe nicht. Aber diesen Swerve haben sie erst hingekriegt durch diese Gangster-Story. Das muss man halt immer wieder mal erwähnen, weil als die ersten Gerüchte kamen, oh Rey gegen Dominik, oh nee, gar kein Bock. Ja, und dann kam die Gangster-Story und auf einmal ist Dominik funktioniert als Heal und auf einmal sage, yo, will ich sehen, aber nicht wegen Rey. Rey ist mir egal. Bring mir den Dominik und der soll den nackig machen um den Kopf rum. Ist mir doch egal. So, super. Ja, vielleicht ist das ja, mit der Hall of Fame dann doch storybedingt mehr, als das es wirklich schon notwendig gewesen wäre. Naja, schauen wir mal. Corey Graves sagt auch, dass es dann zum Dominik bald dann so eine Knast-Dokumentation auf Netflix geben wird. Da freue ich mich dann auch sehr drauf. Ja, es ist ganz in Ordnung. Das Netz wird ja auch großartig sein. Also die trainieren ja jetzt schon wirklich immer. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und es ist ja schon mit Maske und Rey Mysterio, die finden ja nicht alle so schlecht so wie du. Das ist schon eine Legende. Das ist in Ordnung. Ich finde aber diese Hall of Fame-Stipulation, Hall of Fame-Geschichte macht es ja eigentlich noch langweiliger, weil du dadurch weißt, okay, da beendet er jetzt wahrscheinlich seine Karriere. Das ist ja sehr ungewöhnlich, haben wir schon gesagt bei SmackDown, dass man das so schon vorweggenommen hat. Übrigens, es gibt den nächsten Hall of Famer, nicht bei Raw, nicht bei SmackDown, sondern The Bump. Da, so wichtig ist der. Der wird bei The Bump gekürt von nicht irgendjemandem. Nein, wuhu! Hier, Rick Flair bei The Bump. Diese Grafik hat mich komplett getriggert, weil da steht Hall of Fame und dann hast du Rick Flair und dann denkst du so, hä, was? Don Pieder? Aber der kündigt nur an. Ja, das muss super sein. Ja, aber stell dir mal vor, du bist ein Hall of Famer und dann wirst du in so einer Internetshow angekündigt. Wer wird das denn? Naja, das werden die natürlich bei SmackDown und so da auch nochmal sagen, aber bei Raw wird aber ein großer Name sein. Also Bruno Sammartino ist es nicht, da bin ich mir sicher. Yokozuna auch nicht. Aber, ne, mal gucken, also das kann ja nur, also die Hall of Fame, da wird es echt interessant. Also wir haben jetzt nur Ray und jetzt kommt ein zweiter Name bei The Bump, der kann ja nicht so groß sein. Das hätten wir doch in der Show gemacht. Jetzt mal ernst. Ja, natürlich. Also das ist so ein Jobber. Ein Hall of Fame-Jobber. Ja, oder so ein Celebrity-Ding oder irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist bisher nicht... Wir brauchen noch einen Headliner. Ravis Team wird das ja willkommen headlinen, oder? Batista wurde ja lange gerüchtet, ne, aber mal gucken. Mal gucken. Jetzt machen wir ein Medical Update. Also die Cassie Kelly steht wieder parat, ne. Mittlerweile ist ja auch wieder eine halbe Stunde vergangen. Jetzt kommen die alle drei Medals raus. Das heißt, Chris Chattis kommt sogar mit raus. Das heißt, wir haben das Medical Update. Sie ist wieder einigermaßen okay. Die sagen noch ein bisschen was, irgendwas match oder so. Das war jetzt so die ganze Damage-Get-Roll-Geschichte. Fand ich eigentlich ganz gut, dass die jetzt nicht auch noch ein Match hätten, weil sonst hätte man ja noch irgendwas, dann hätten die auch gewonnen irgendwie gegen Sahelie oder so. Ja, aber dieser Clip-Hanger, ist sie jetzt verletzt? Und dann kommt es einfach raus, ja, ja, fand ich jetzt nicht gut. Jetzt bin ich gut. Also diese Story ist nicht gut. Aber wie gesagt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man da vielleicht noch ein bisschen was dreht, dass es dann wirklich nicht zu diesen Six-Women-Tag kommt, sondern was anderes. Und Threads Shadows ist jetzt offensichtlich die, die dann vielleicht gegen Bayley doch noch gehen könnte, weil man das dann irgendwie was auch immer. Die haben aber diese Attacke haben wir ja nicht so richtig gesehen. Also das war ja so aus dem Augenwinkel raus auf einmal rein und dann lag sie ja schon. Mal gucken. Aber auch der Swerf wäre halt nicht gut. Also das wäre halt wieder der Krampf hat sowas gut. Das war schon eine Attacke. Da war die Kamera drauf. Aber ich möchte mal, also Threads hat doch ihre Karriere beendet nach einem großartigen Match gegen Charlotte Flair. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ende gewesen. So, und jetzt kommt die raus für diesen Six-Women-Dingens-Bumms, damit sie nochmal einmal kämpfen kann. Ja. Ja. Paychain, ja. Makes it work around. Ja. Ja, toll wird das. Nächstes Match. Pass auf. Nee, warte mal. Nein, 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 nein. Da gab es natürlich noch einen WrestleMania-Trailer und das war super. Das war Rhea Ripley diesmal. Rhea Ripley als Elfie. Ja, im Deutschen. Oder Eleven von Stranger Things. Das war wieder gut. Das war wieder gut. Weißt du, was das mit Hollywood zu tun hat? Das ist die andere Welt. Aber es ist halt eigentlich nicht Hollywood, sondern Netflix. Naja. Aber fand ich lustig. Das hätte ja fast auch einen Oscar geholt, kann man ja immer sagen. Haben wir ja gar nicht. Also den Main Oscar. Ja, im Main Oscar. Aber es war jetzt von denen, die sie bisher gemacht haben, der schlechteste Trailer. Obwohl der auch lustig war, aber der Rollins Joker war noch der beste. Ja. Ach, die Tarnik war ja auch gut. Ich weiß nicht, dass sie das jetzt machen. Ja. Nee. So, im Osten nichts Neues, Klistermann, im Westen nichts Neues. Hier, der Host, der pultet jetzt. Der The Miss, ne? Bei WrestleMania, der pultet jetzt. Der erzählt uns irgendwas. Denn das Match, ich hab's gerade schon gesagt, bevor du mich unterbrochen hast, heißt Rollins gegen Baron Corbin. Der Corbin, der attackiert natürlich voll unfair vor dem Match, weil es ist immer noch ein Heal. Ja, der Rollins wirft zwischendurch den Corbin auf Miss. Ja, die legen sich ein bisschen an. Also da wird irgendwas kommen. Das Match endet ganz interessant. Also der Miss, der liegt auf dem Boden, macht so die Brücke quasi. Da geht der Rollins drauf, stammt dann an den Corbin, der verliert. Naja, und wer getippt hat, der schon das gewinnt, der hat richtig getippt. Einen Punkt. Ja, zwei Minuten 19, auch wieder eins von diesen tollen Matches. Ja, zumindest hat man Miss eingebunden. Also Miss wird schon irgendeine Rolle spielen. Da bin ich mir sicher, nicht nur als Host, der bleibt drin in den Sefer-Rollins-Geschehen. Also das ist ja schon offensichtlich. Naja, also Corbin hätte man noch ein bisschen besser darstellen können. Aber auch hier wieder Schema F. Nee, das muss jetzt gut aussehen, weil der geht ja gegen Logan Paul. Und der hat ja letzte Woche den Knockout-Punch gekriegt und jetzt muss er ja muss er ja wieder besser aussehen. Nein, besser. Ja, also quasi 50-50 Booking ohne dass Logan Paul da ist. Nächste Woche Impulsive-TV. Das wird bestimmt eine ganz andere Show als Miss-TV, weil es ist ja auch ein anderer Host und so und deswegen das wird auch schon. Also ja, ich sage, die sagen Wrestlemania. Ich gewinne. So, jetzt kommt noch ein Pay-Off. Ein Pay-Off kommt Chad Gable, der sucht nämlich jetzt immer noch. Der wird jetzt ein bisschen genervt von dem Mustafa Ali, der vorbeikommt. Das fand ich ganz witzig. Der Ali hat offensichtlich wirklich ein neues Gimmick. Das war letztes Mal mit Sigla so ein bisschen nebenbei. Aber jetzt ist das so ein Gimmick-Typ. Gibt es einfach einen Schisch dafür und dann sehen wir, dass der Otis, oder soll ich lieber sagen Otis, der macht gerade ein Fotoshooting mit den Mail-Models zusammen. Der steht da wirklich. Ach so eine geile, also das ist ja die stylischste Brille, die du jemals gesehen hast. Also wirklich ziemlich gut. Auch so ein offenes Jackett und so nichts drunter, wie man das so hat. Ein Match sollten die haben, die Mail-Models. Das fällt aber aus, weil bei dem Monseur, Monseur, da sind die Nägel abgebrochen. Das ist ein bisschen schade. Und der Otis, der möchte auch gar nicht jetzt mehr mit dem Chad Gable. Mit Chad Gable sagt, hör mal, wir haben unser Training heute Morgen verpasst, aber wir können ja jetzt weitermachen. Der macht dann sogar aus Versehen noch die Kamera kaputt von den Mail-Models und dann geht der Otis einfach weg. Das war ein Heel-Turn vom Otis. Ey, was soll denn das? Du wirst jetzt nicht ernst, ob ich was dazu sage, oder? Weiter. Nö. Bianca Belair kommt als nächstes. Die kämpft gegen Chelsea Green. Jetzt ratet mal, wer gewinnt. Carmela ist auch mit dabei. Also Carmela und Chelsea Green, das ist eine Nummer, die macht einen bösen Eingriff, was natürlich dann nicht reicht. Nach dem Match, ach so Bianca Belair hat gewonnen übrigens, nach dem Match, Carmela attackiert jetzt und jetzt Korns. Asuka rettet erneut. Bianca Belair. Asuka war ja letztes Mal auch schon ein bisschen Business-Look, und jetzt hat sie eine Lederjacke und Sneaker an. Also ganz schöne Typveränderung, würde ich sagen. Ja, Business-Casual. Klassisch Business-Casual. Ja, das ist jetzt so abends dann. Nimmt sie sich den Gürtel von der Bianca Belair, da kommt so ein bisschen Schlotze aus dem Mund drauf. Und dann lacht die Asuka. Ich dachte, die Lacher-Asuka wäre jetzt schon weg. Naja, gut, und dann passiert auch eigentlich nichts mehr, außer nächste Woche gibt es dann tatsächlich das von uns bereits prokrastisierte Koexistenz-Match, die beiden zusammen. Ob die auch koexistieren können, gegen Carmella und gegen Chelsea Green. Da bin ich auch gar nicht gespannt drauf eigentlich, Herr Flötter. Naja, was müsst ihr da rausziehen? Chelsea Green kriegt acht Minuten gegen Bianca Belair. Man hat natürlich gesehen, dass Chelsea Green im Übrigen nicht die unbrauchsbarste ist. Das hat man gut gelöst. Und dadurch, dass Carmella da war, konnte man das ja auch noch ein bisschen ziehen. Das war okay, aber da frage ich mich dann wieder, alle anderen kriegen da zwei Minuten, Lowlands, und es muss gut aussehen, und dann kommt halt eine Chelsea Green. Das fühle ich nicht ganz so. Aber das liegt auch eher dran, dass ich den Bianca-Charakter nicht mehr wirklich interessant finde aktuell. Und was dann passiert, ist wirklich ein Witz. Also es ist wirklich ein Witz. Also Asuka macht ein Save, nimmt sich Gürtel und tanzt eine halbe Minute damit, um dann Schlotze aus dem Mund laufen zu lassen. Was soll denn der Blödsinn? Also das ist der WrestleMania-Aufbau, jetzt mal im Ernst. Jetzt will ich Asuka auch nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, jetzt geht sie mir schon wieder auf den Sack. Die wissen auch gar nicht mehr, dass die eigentlich Freundinnen sind. Die sind ja immer zusammen rumgelaufen gegen der Wettbeutel. Und der größte Scheiß an dem Segment war ja, die pointen nicht mal aufs Logo diesmal. Das wird aber auch nicht mehr gefingert. Das fand ich wieder gut. Also wenn, dann hätten sie so Nation of Domination machen müssen zum Freund. Nee, aber im Ernst, also das ist Aufbau aus der Hölle. Also bei den Frauen tun sie sich echt keinen Gefangenen gerade, egal wo man hinschaut. Nee, ich fand's jetzt auch. Also dieser Streifen ist das eigentlich nicht mehr. Das ist einfach nur, wir haben ein Match und das machen wir dann auch. Und egal, was passiert, wir machen das Match dann auch. Es sei denn, nächste Woche gibt's Spannung. Jetzt stellt euch mal vor, die Asuka turnt nächste Woche gegen der Cavalier und ist doch noch hier. Eieiei, ich bin gespannt. So, komm, jetzt sind wir aber auch, ich gucke immer auf die Uhr, ey. Wir sind schon wieder so schnell durch. Also diese Shows auf der Royal WrestleMania sind gar nicht so überragend offensichtlich, denn wir sind jetzt schon im Main Event angelangt. Der wäre angekündigt. Street Fight, ne? Wieder ohne Straße, aber mit Fight. Solo Sikoa gegen Kevin Owens, ne? Die Crowd, die will so nach 20 Sekunden sofort Tische haben, ne? Das ist klar. Solo Sikoa holt die Stühle raus und dann der Kevin Owens, weil der der Face ist, tatsächlich den Tisch. Solo Sikoa tut den Tisch wieder zurück. Der wird auch keine Rolle mehr spielen. Stattdessen nimmt dann der Kevin Owens die Stühle. Es ist ein Street Fight. Die werden so im Ring aufgebaut und diesen Spot kennen wir dann so mit den Sitzflächen, ne? Und dann die Stühle und so, dass der so drauf springen kann. Fliegt dann selber da durch vom obersten Seite, das war der Spot des Matches. Vom obersten Seite fliegt er durch, durch diese Stühle durch. Das war gut, das war schön. Das ist das, was ich für den Roy erwarte, so ein Spot. Okay, der war nicht gefährlich, der war kein Blut, alles wunderbar. Und dann ist jetzt, dann geht es jetzt durch die Crowd hinten raus. Also nicht in die Crowd rein, sondern an der Crowd vorbei. Es geht auf die Ramp, die gehen direkt auf die Gorilla Position. Ich dachte, sehe ich jetzt Triple H? Nein, sehe ich nicht. Das war eine Falle, denn da warten Jay und Jimmy. Beide zusammen verkloppen jetzt Kevin Owens. Kevin Owens wird zu dritt in den Ring wieder reingeschleift. Da wird dann fleißig abgedaumt und Solo Secor gewinnt das Match. Wo ich gar nicht hundertprozentig sicher war, wer gewinnt, aber eigentlich schon Solo Secor. Fand ich gut gelöst, fand ich gut im Endeffekt. Hat mir Spaß gemacht. Naja, im Endeffekt hat man es ja schon gespoilert, in dem Kevin Owens sagte, da kommen bestimmt andere und ich mache das trotzdem allein. Genau so war es dann. Ja, das ist schon ein Main-Event-würdiges Match für eine Raw. Das kann man schon machen, dadurch, dass er auch eine Simulation hatte. Das ist dann okay. Man wusste halt, was passieren wird. Das ist nicht okay, finde ich, aber die Art und Weise, wie man es dann macht, war auch nicht sonderlich kreativ. Da kann man schon was Besseres machen. Aber, naja, was will man sagen? Man will einfach sagen, Kevin Owens will alleine, aber es reicht halt nicht. So, okay, verstanden. Übrigens wieder Solo Secor Main-Event, ne? Main-Event oder Opener? Jedes Mal in den letzten Wochen. Das ist schon so ein Faden, der sich durchzieht. Und Solo ist im Endeffekt doch eigentlich die personifizierte Vertretung von Roman Reigns. Also immer, wenn Roman Reigns nicht da ist, dann stellen wir Solo rein und der entforst dann irgendwas und macht das dann, weil die anderen kriegen es nicht hin. Wahrscheinlich wird das die Story sein dann am Ende des Tages. Gut ist hier, kommt dann auch kein Semi-Sane. Das finde ich in Ordnung und Cody kommt auch nicht, weil er ist so alt. Er soll nicht kommen. Das macht man dann auch nicht. Und dann wird Kevin Owens wahrscheinlich irgendwann einsehen, dass er es alleine nicht schafft und dann hast du dein mögliches Tag-Team damit. Es ist halt auch Tesa. Wir wissen ganz genau, okay, noch zwei Folgen, dann machen sie das, dann machen sie das. Das ändert sich auch bei diesem Main-Event hier nicht. So geht die ganze Show halt nicht den Bach runter, aber ist halt einfach nur da. Und da reizt es mir eben nicht, einfach ein bisschen Streetfight zu machen. Also, dass man Solo weiter protectet, okay, finde ich in Ordnung. Das ist das einzige Match, wo man vielleicht noch, wie du sagst, drüber nachdenken konnte, oh, was machen sie da? Aber was ist es dann wieder ein Fuck-Finish? Und das ist halt auch wieder WWE in der aktuellen Situation. Wenn du solche Matches hast, dann machst du einen Fuck-Finish mit Eingriffen und dann ist gut. Nein, das ist doch Story. Das geht noch. Zum einen ist es ein Streetfight, das heißt, die dürfen das auch. Das ist ein schlauer Plan gewesen, weil wenn Jay und Jimmy sofort da gewesen wären, dann wären wahrscheinlich auch sofort dann Cody und so da gewesen. Das fand ich schon ganz gut. Und das mit dem Code Kevin Owens, ja natürlich ist das Tesastreifen. Wir wissen, und ich freue mich aber auch drauf. Genauso wie ich wusste, dass Sami Zayn in Montreal einmal den Tribal Chief kurz vor der Niederlage haben wird. Da freue ich mich drauf. Ich weiß, was passiert, aber es ist zumindest so, dass man da ein bisschen links und rechts immer hingeht und da dann noch irgendwas aufbaut. Zumindest versucht man das. Das fand ich ganz gut. Kevin Owens ist sowieso interessant und ich finde es auch gut, dass Solos de Kohl seine Streak beibehält. Jetzt hat er ja letztens verloren gehabt, aber nur per den Q. Da kannst du auch nicht meckern. Nächste Woche kommt Roman Reigns, dann machen wir da noch ein bisschen Abfingern und dann übernächste Woche dann die Umarmung. Gehe ich von aus. Ja, und so baust du halt jede Woche irgendwie ein Meitungsmatch an. Ray gegen Dominik machst du dann noch fix und dann machst du das Match noch fix und dann machst du bei Gunther das Ding noch bei SmackDown kurz vorher fix und that's it. Das ist der WrestleMania-Aufbau. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht mehr ganz große Hoffnung machen, dass das noch viel besser wird. Wie gesagt, ein Swerve vielleicht bei den Frauen nochmal, vielleicht kommt da noch was, aber ansonsten ist das halt wirklich die Standardvariante. Du hast aber vorhin was Wichtiges gesagt, das war letztes Jahr nicht anders und dann haben wir eine Bombe in WrestleMania gesehen. Wie gesagt, ich bleib auch dabei, rein auf Papier sind das ja alles ordentliche Matches. Das kannst du alles machen. Wegen mir auch Finn Balor gegen Edge, aber auch nur, weil es jetzt hell in der Selle ist. Aber das ist halt auch story-technisch mau. Und dann hast du eher noch so Namen, wo ich mir denke, okay, was machen sie mit dem? Street Profits wurden genannt. Was ist mit der anderen Judgment der Jungs? Da sind schon noch ein paar, die einfach offensichtlich keinen Spot kriegen dieses Jahr. Und Memorial Battle Royale ist nicht angekündigt, war ja letztes Jahr, glaube ich, auch bei SmackDown davor. Vielleicht kommt das dann wieder. Das heißt, bei SmackDown davor wird dann auch nicht mehr so viel passieren. Go Home Show ist zuletzt eher mau, weil es eben nicht mehr so gemacht wird aktuell. Ich habe nicht mehr die ganz große Hoffnung, dass hier noch ein Big Bang passiert. Sagst du ganz ehrlich. Also ich sehe das eher bei Mania, dann kommt vielleicht wirklich noch ein Kohos, es ist dann vielleicht The Rock und dann hast du vielleicht noch einen Aufbau mit Reigns. Für 40 dann, das sehe ich kommen, irgendwie sowas. Aber rein von den Storys, die sie uns erzählen wollen, für diese WrestleMania ist es halt nicht, ist es nicht geil. Und da fehlt mir das Feuer gerade und ich habe auch, wie gesagt, von der Wahrnehmung auch in der Bubble, ist gerade keiner so richtig heiß auf Mania. Das wird sich dann die Tage davor wieder erledigen, weil das ist dann halt Mania und dann schalten wir alle wieder ein. Aber aktuell ist es halt nicht so. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Also bei mir ist es zumindest nicht so, dass ich das Gefühl habe, hey, es ist gleich Mania. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Sollte zumindest nicht so sein. Und das ärgert mich ein bisschen, weil man könnte mehr machen. Wir haben es doch gesehen mit Elimination Shamer. Da haben sie es uns davor gemacht und jetzt kommt so ein Quatsch hinten raus. Finde ich ein bisschen verschenkt einfach. Aber die Quoten, wenn man die so anschaut, auch letztes Smackdown, die sind halt stabil und Tendenzen nach oben. Irgendwas machen sie richtig. Ja, ist dann wieder die alte Taktik, dass man einfach das Feuer immer am Lodern lässt, solange es funktioniert und dann raushauen. Aber eine Roll to WrestleMania ist eigentlich nicht so angedacht. Das war eigentlich anders geplant. Auch von den Matchansetzungen her, also am Ende wäre ich ja schon Bock drauf haben auf vieles, aber da wäre ja auch einiges anders gegangen. Ein bisschen andere Karte hätte man machen können. die ist jetzt halt nicht. Wir schlagen uns so durch. Ich habe auch jetzt in dieser Raw-Folge weder Match des Jahres noch Moment des Jahres gesehen. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Und am Ende sind wir da Teele ist auch nicht wieder nach weit oben. Nee, das sehe ich auch nicht anders, aber das liegt, glaube ich, auch schon dran. Also viele Sachen, die man macht im Ring, sind dann schon angezogene Handbremse. Okay, Kevin O, nimm diesen einen Spot. Okay, aber ganz ehrlich, bei vielen habe ich schon das Gefühl, ey, bloß nichts Dummes machen jetzt, bloß nicht verletzen, bloß nicht irgendwas Wildes bringen jetzt, gerade bei Cody. Aber Cody und LA Knight, das habe ich ja vorhin gesagt, die worken dann halt oldschool und dann funktioniert das trotzdem. Wenn du gute Wrestler hast, die kriegen das hin. Bei anderen sehe ich das leider nicht. Und das ist eher so, dann machst du halt zwei Minuten Matches, das brauche ich nicht. Also das ist mit dann auch zu viel, aber es ist wie jede Raw. Also im Endeffekt, irgendwo zwischen Teserstreifen und brauchbar, viel Entwicklung ist halt nicht drin aktuell, muss man einfach so sagen. Nimm mal den Teserstreifen, dann bin ich dabei. Können wir auch nicht ändern, wir würden ja auch gerne anders erzählen. Wir werden aber auch anders erzählen. Wir werden gleich, also für euch morgen wahrscheinlich, über Karat wieder reden. Wir werden eine offizielle Karat-Review machen, das gab es noch nie und erst recht nicht auf diesem Kanal, da freue ich mich sehr drauf, weil wir auch gar nicht alles gesehen haben, aber wir werden sehr viel darüber zu reden haben und dann, wie gesagt, der große Nachschlag mit dem Metenjobber. Da bin ich sehr gespannt, freue ich mich sehr drauf. NXT machen wir auch noch diese Woche, Donnerstag, nicht am Mittwoch, weil es ist halt so. Ja, und dann habe ich flöter, ich wollte dich eigentlich noch gefragt haben, welcher Tag heute ist, aber jetzt ist es auch zu spät. Pi Day ist nämlich heute. Das ist der Tag, an dem ich mich immer sehr, sehr, da feiere ich immer sehr, sehr viel. Der Tag der Kreiszeit Pi, da kannst du aber nichts mit anfangen und das ist halt das Geile. Wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr und ich glaube, davor auch Nachschlag gemacht, glaube ich, zum Pi Day. Machen wir heute gar nicht, weil wir machen Nachschlag zum Kabat. Ja, und weil das ja noch nicht reicht. Es ist ja heute auch Release-Dienstag. Wer die tolle Version von 2K23 hat, der darf jetzt schon spielen und ich bin dazu auserkoren worden, mit TJ zusammen eine Review zu machen. Auch die wird auf diesen Kanal noch kommen. Wird nicht so lange sein, aber wir beide spielen und spielen. Ich auf der Old-Gen und TJ auf der New-Gen und das wird höchst interessant. Also er bereitet schon vor und schickt mir was durch. Per Video wird das Ganze sein und da werden wir auch noch ein kurzes Video dazu haben. Vielen Dank an dieser Stelle an 2K, die das möglich machen, dass wir das spielen können und ja, wen es interessiert, auch Tobi ist schon unterwegs. Wir sind natürlich auf Twitch überall und werden das Spiel jetzt natürlich spielen, bis zum Erbrechen, bis wir keine Lust mehr haben in zwei Wochen und dann ist eh WrestleMania. So ein Ding ist das. Wie jedes Jahr freue ich mich drauf. Also haltet die Augen offen, wenn euch Gaming interessiert. Wir werden auch 2K im Programm haben diese Woche. Boah, also was Spotfight jetzt rauswarten im Moment, das ist ja unfassbar. Das ist ja auch nicht schlimm, dass wir 15 Minuten kürzer sind als sonst. Aber das macht nichts, weil wir werden diese Zeit nicht mehr füllen. Wir erfreuen uns des Lebens. Die Sonne ist gerade hier. Ja, muss man auch mal sagen, ich sitze tatsächlich bei Tageslicht im Bunker. Selten genug. Die gelbe Wand, die war immer dunkel. Deswegen jetzt ist neue Zeit. Neues Zeit, Alter. Wir freuen uns auf WrestleMania. Wir gucken uns das an. Wir werden auch vom Team WWE dieses Tippspiel noch gewinnen. Das kann ich dir versprechen. Ich sollte übrigens noch hier diese Tippspieltante grüßen. Wir haben doch noch Zeit. Wir waren da. Platz 6. Kannst du das mal eben nachgucken? Nein. Frau Malle Schlauch. Machen wir bei Smackdown. Tschüss. War das. Dankeschön. Frau Malle Schlauch war das, Marcel. Und damit bin ich raus. Tschö. Mit Tschö. Tschö.